So, hallo Leute, ich hab mich doch noch entschieden, noch ein Video zu machen, bevor ich jetzt nach Moskau fahre, um meine Oma zu beerdigen. Rest in Peace an der Stelle. Ich hab mich hier jemanden mitgebracht, und zwar mein Kaugummi. Und noch jemanden, der aber nur diesen Part dabei ist, weil er eine bestimmte Phobie hat. Stell dich mal vor! Hallo Leute, hier ist wieder euer Carpile Up, und ja, das ist ja das Let's Play Awakening, oder wie man das auch ausspricht. Ähm, ich musste dieses Projekt ja leider abbrechen, wissen vielleicht manche von euch, die jetzt mich auch abonniert haben, äh, wegen meiner Logifobie. Und, ja, ich hab mir mal gedacht, da mach ich mir mal, vielleicht jetzt nur bei diesem Part mal das Ganzkommentator, jetzt ist ja, jetzt nur einmal, und danach ist ja nichts mehr, deshalb, ja. Ja, also, ich hab ihn dazu rumgekriegt, sagen wir es so. Richtig. Gut. Ich hab einfach mal den Skype-Stein nicht genervt. The Cake is a Kübelstein. Skorp, halt die Fresse, du nervst. Ja, ins Thema offline gehen, vielleicht, wär mal gut. Wo denn, wo denn, wo denn? Äh, da musst du bei View All Friends. View All Friends? Da unten links. Ja. So. Und dann dabei bei deinem Namen offline. Offline. Gut. Richtig. Gut. Gut, dann können wir loslegen. Wir haben schon fast zwei Minuten verplempert, das ist auch scheiße. Los geht, weiter, 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 weiter. Oh, jetzt, ewigerer Schacht. Superschacht. BAM! Oh, ne, nicht direkt schießen. Nicht direkt schießen, hab ich gesagt. Hör, lass mich zu. Pain, death. Pisslshot. Low Emanade, oh Gott, das ist viel zu schnell, kann ich nicht lesen. Ich bin schon nicht lesen. Gut, ich muss jetzt mehr in den Platz machen. Oh, na ja, das hab ich auch für alles gespielt. Ähm, da lang. Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, war schon lange her. Ich muss auf jeden Fall erstmal alle platt machen hier, weil die Nerven. NERV! NERV! Komm, hör auf zu nerven. Soll ich runterspringen? Nein. Boah. Geht uns so. Total, ein bisschen weh, ne? Wehtun. Schmerz. Äh. Okay. Was für eine epische Musik. Ähm. Epische Musik, die ich leider nicht höre, traurig sein. Tut gar nicht so weh. Oh, geil, Buggy. Buggy. Kann ich leider noch nicht fahr, du bist leider noch ne Tür öffnen. Ich war doch schon. Wie? Ich war einfach. Okay, gut. Du musst, äh, all die... Jaaaaaaah! Stopp! Äh, nicht wehtun. Aber voll kann dir nicht wehtun. Rohre. Rohre. Sorgen für Furore. Äh. Schlechter Witz. Ähm, wir sagen was Schlaues. Ähm. Schlaues. Dann sag ich mal, du sollst jetzt da reingehen und einen Knopf betätigen. Und dann geh ich voll. Ja, hat er das. Explosion um. Locked. Oh, ich glaube, man muss da irgendwie obendrauf, oder so. Oder, keine Ahnung. Ich muss, ich muss ihm kommen, meinen Schlüssel abziehen. Gib mir den Schlüssel. Die haben keinen Schlüssel. Die haben auch keine Munition, was mich noch mehr aufregt. Ah ja, da hinten waren ja Munitionskissen irgendwo. Hm. Die Kiste leuchtet so auffällig hell. Boah. Oh, nix drin. Volle Kanne, nix drin, oh. Ja. Verarscht. Ah, da ist noch was. Oh, Munition. Oh, Munition. Graffiti. Die haben's nicht drauf, die sind schlechte Graffiti. Die sind schlecht. Allerdings. So, jetzt müssen wir, jetzt. Aha. Oh nein, das ist Can't Use. Oh. Ich glaube, du musst da irgendwie obendrauf. Oder irgendwie, keine Ahnung. Aha. Nein. Nein. So nicht. Warte mal, kannst du vielleicht versuchen, durch ein Fenster da reinzugehen. Oder irgendwie so eine Kiste nehmen, dass du dann da so eine Leider baust. Komm her, Kiste. Gib mir die Super-Kiste. Kiste will ich haben. Ja. Ich brauche nur mehr Super-Kisten. Der Dream ist nur einer. Das ist eine Dynamit-Kiste. Ja. Eeeh. Nein. Alter. Weg. Ich glaube, ich hab's nicht so gemacht. Hopp. Hopp. Äh. Nein. Passt schon. Nein. Ach, komm. So. Komm, wir müssen uns hier was überleben. Das hab ich hier nochmal gemacht. Warum kann ich da nicht super durch? Da kannst du eigentlich nicht durch. Äh. Versuch uns nochmal in diesen Fenster da reinzuspringen, indem du nochmal auf die Treppe dahin gehst. Genau. Okay. Und dann jetzt rechts da drauf. Richtig. Ja, genau. Da, 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 genau, genau, genau. Immer schlau sein. Ja, ja. Äh. Oi. Das kann dauern. Ich kenn mich. Das kann richtig dauern. Geh da rein. Ja. Perfekt. Und jetzt auf die Treppe. Yeah, Magnum. Uh. Gute Waffe. Und jetzt... Erstmal heilen. Oder? Heil. Ja, leiden. Und jetzt kannst du auch schon da durch. Draußen ist voll Schnee. Alter, leck mich doch. Ihr könnt mich mal. Ja, ich würde da jetzt aber durchfahren. Renn. Ja. Ja. Rein da. Hä? Die hat ne Munitionskiste hier hinten draufstehen. Okay, das hab ich... Das hab ich nicht gesehen. Leckt mich an der Marsch! Kommt her, wer will sterben? Wer will jetzt super sterben? Ja. Warum ruckelt das so hart? Ich seh grad, wo's seit 15 Jahren jetzt geht, ey. 30 Minuten bin ja, wo ich umgeholen. Öh... Äh, nein, du bist gleich mitmachen. Äh... Äh... Scheiße. Zum Glück hab ich grade geladen, äh... Gespeichert. Ach, das ist gut. User Fatality. Nein! Hängen! Und es lädt. Immer noch. Es lädt immer noch. Warum? Wir haben schon sieben Minuten. Was soll das? Oh nein! Wieder direkt unter Beschuss sein. Voll heftig. Leckt mich alle. Warum leckt es so? Es leckt. Es leckt. Zählen bitte der Oe. Yeah. Eine Sekunde, Leute. Da stimmt was nicht. Warte mal hier. So, jetzt müsste es gehen. Naja. Halt weg. Nein, hier geht es immer noch nicht. Draufgeschissen! Das ist jetzt der Superlag-Part. So, was hatte ich doch schon mal mit Episode 1. Jaken! Mich alle! Superlag! Darf ich Craigie sagen? Ja, natürlich. Nein. Craigie ist nicht geschützt. Alter, nee, so kann ich nicht spielen. Wartet mal hier kurz. Leute, ich muss das Video hier beenden. Mein Virenproblem geht mir richtig auf den Sack. Ähm, tut mir leid, aber ihr habt wenigstens ein kleines Video zum angucken. Dankeschön. War sehr unproduktiv, das Video. Aber egal, bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen, meine Freunde. Tschüss. Vielen Dank.